NINA Nina, wo fahren wir jetzt hin? Richtig Lobung. Richtig Lobung. Also im ersten Stock auf den Medienproduktionen. Und was machen wir dort? Und ein Shooting mit meiner Chefin Anita Steiner. Und das muss man einfach füllen. Musik 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 Das Licht findet es einen Weg, es ist überall weiß, es ist überall eine Flexion da drinnen. Das nimmt überall aus mich. Okay. Da ist Seele, das passt für Sie schon. Ja, das muss Seele sein. Ja, 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 okay. Ende 9. Ja, das ist alles gut. Also, das ist alles gut. Okay. Mach es schon? Ja, das ist alles gut. Danke. Vielen Dank. Hier haben wir nur so arme Pätschen und da sieht man dann im Endeffekt den Kopf hier, das klingt direkt genau so. Danke.